Wahnsinn. Ja, ich guck auf, wie man was ist. Geil. Durchlaufen. Geht nicht. Dreieck? So nett? Ja, aber da kommt doch so ein Rahmen, weißt du? Okay, glaubst du ja, dann... Scheiße. Das Tor? Was für ein Tor? Da ist ein Tor. Aber das ist auch elektrisiert, ne? Ach, Klappern vielleicht? Auch nicht. Ich nehme jetzt mal an, da hat einer noch einen Schlüssel. Ähm... Wird sie beide umbringen, oder? Ja, ne, keine Ahnung, ich will nicht. Ich weiß. Was ist denn los? Natürlich ist es doch. Das ist doch jetzt auch egal, bevor wir hier wirklich nicht weiterkommen. Geht nicht. Guck mal, wenn wir ins Welt haben. Wann muss das uns helfen? Also mit dem anderen. Was ist das? Dietrich oder sowas? Nö. Nö. Ein Säckenmittel. Auch nicht. TNT. Hört mal. TNT? Das war auch schon mal in der Tür. Es hört ja keiner, ne? Wenn du sie jetzt eh umbringst, ist es ja egal. Ja. Du weißt doch jetzt, wo du denn lang musst. Ich würde vielleicht alle drei mal töten. Und wenn der noch in der Verstärkung kommt und dann... Ja. Ja, ja, ja. Ja, mach, mach, mach. Schieß, Alter. Du hast nichts zu betäuben. Bleibt gar nicht. Ja, ich hätte schon eine Betäubungspistole, oder? Ja. Ach, nein, dann nimm die. Du hast Betäubung. Ja. Gut. Ja. Ja. Gut. Ja. Ja. Ah, du musst die töten. Guck mal, es kommt keiner in den Raum. Das war ja so einfach. Hat der was gefallen? Da. Das kleine Ding. Ist das was? Ein Schlüssel? Wo denn? Wo denn? Der Punkt da. Genau, wo denn? Nee, ist nichts, okay. Schi erschießen. Bleibt dann keine Ahnung, oder? Ähm, warte. Ich nehm ne Schauschütze. Ah, ja, genau. Dann lockst du keine Ahnung, ne? Nichts hier. Ähm, ähm, wie zieht man da? Ja, 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 ja. Was ist das? Das war doch okay. Ja. Was war das? Naja. Ja. An der Gebäude manche? Gibt's da vielleicht irgendwo? Reistor? Nee. Kater? Wir haben ja doch eben irgendwas für uns. Oh komm. Vielleicht ist es jetzt auch nicht. Ja. Also. Das Tor nochmal. So, jetzt können wir uns frei bewegen und... Nee, wir müssen da hinten lang. Boah. Ja, guck halt noch mal. Ich mein... Da bleibt mir nichts anderes übrig. Liegt da was? Ah. Alter, ich dumm. Ja. Und wir hätten da aber nicht lange muss. Das ist jetzt richtig schade, oder? Nee. So, da. Da liegt was. Gerade erstmal unter den Panzer. Genau. Panzer? Äh, KW. Hey. Ach du. Von hinten. Von hinten. Ich glaub du musst du nicht. Jaaa. AK. Wir waren voll. Das ist ein MK. M? Ah, gut. Das war voll. Das stimmt, sonst könnten wir es ja nicht aufnehmen. Also da ist eine Wache. Naja und auf der anderen Seite... Da müssen wir bestimmt reinpassen. Zwei. Hier. Über dem Gebäude angehen. Oh. Drücken. Ähm. Gucken wir mal gleich mal. Ne, ich glaub schwarz ist hier schon am Bett. Oh. Da geht noch mehr. Sehr gut. Ach, wegen dem Panzer. Bestellen. Ah, fuck. In den Lastwagen bestellen. Ist okay. Schöne Panzer, ne? Ja. Wir müssen bestimmt zum Hauptdringer. Oder da hinten rum. Also da. Bestimmt jetzt hier rechts, ne? Und dann noch hoch. Würde ich sagen, aber. Mach mal. Ähm. Was macht der? Der steht hier vorne. Die Reifen. Komm schon. Ja. Diese Kleinigkeiten kommt das halt. Uh. Der sieht ich nicht. Der sieht ich nicht. Ja. Der Blickwinkel war auch noch. Zu spät, Alter. Ich würde nicht sagen, hier hinten lang. Ich würde so einen Haupteingang. Und dann hier unter dem... Da. Jetzt seht er dich grad nicht. Dann würde ich hier reinschleichen. Hehehehe. Sehr gut. Und am besten. Genau. Und jetzt zum Hauen. Der sieht dich auch nicht. Der ist gerade auf dem Weg. Dann kannst du ja weiterkommen. Genau. Ich würde zum Haupteingang gehen. Aufstehen. Deine Verantwortung. Hiecke. 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 Da ist ein Haus noch. Boah, ist ein bisschen halt gut. Wo ist es nicht? Der läuft nicht einmal. Huuuuh. Was war das? Was war denn das? Keine Ahnung. Ja, sehr schön. Oh nein, jetzt sind wir auf der anderen Seite wieder. Oh nein! Ah, hoffentlich ist es nicht zugeschlossen jetzt. Nee, Gott, gut. Okay. Ich dachte, ins Haus, vielleicht ist noch mal so ein Gradeling, damit du hier rein kannst. Schade. Wir können nicht in das Haus, du hast es mit Brettern zugenagelt, die Tür. Da. Aber da hinten. Siehst du das? Ja, kann ich. Warte, bis sie zurückgeht und dann hinter... Ach, dann kann es nicht in der Haus lang gehen. Aber bis sie hier langgegangen ist. Genau. Exactly. Hier muss immer eine Kuh stehen oder so. Oh, ist das unser Magen? Ah, wir verlieren Ausdauer. Genau, wir haben Hunger. Gucken. Ja, ja. Ähm... Nein, das war auch falsch. Wir haben nur Run, ne? Eigentlich ist alles, was wir... Ah, Calorie-made haben wir. Stimmt! Und wir haben ja auch... Instant Nudeln. Instant Nudeln. Ist ja gut. Also ganz kúblic. Ja, das ist wirklich... Wir haben schon immer eine K EPT. Also müssen wir alle rattern sein. Wie kann noch den informieren, wenn wir sonst damit reden, wenn wir alles noch nichts tro Okay, Talorie hochsch Invest! Das war ganz k厲... Prozent da und er hat sich zuerst hinten bei dieser Seite das ist nur so ein kleiner egal XM16EI das ist das das muss wechseln Schalldämpfer Juhu was wird schalldämpfer Jo, ich äh gleich mal Lucky Lucky damit kannst du die Wache ausschalten die hören den noch nie ja, weil die sterben nicht mit einem Schuss aber ich gucke mal ne wenn du schnell die Luft machst das hier cool, so noch eine das heißt ich leg da ist das noch mit Schalldämpfer das sieht nicht so doch, da vorne ja, ja, gut legt eine von den Waffen auf die enthalten, ne ach, die auch ist immer leichter ah, ne, noch die noch Magazin weg ach, ne, ist ja raus ja, ja, ist ja raus okay das soll man nicht leichter sehr gut oder damit mit dem Scharfschützengewehr da ist er auf jeden Fall mit einem Schuss tun aber das hört man ne, aber einer ist ja nicht, die wundern sich nur aber er kommt nicht her na, mach wie du denkst oder schalten wir euch aus Bruder, das könnte noch was werden boah, das ist doch Wahnsinn, irgendwie daaaah, Granini Granini-Kornbiller vor 10 das ist mal eine Leistung die seinesgleichen sucht ihresgleichen den kannst du mal versuchen wir wollen jetzt einfach mal wissen, was es bringt ich will jetzt einfach mal wissen, was es bringt wird es sich einfach hat das für sich in Beobachtungsperspektive mit L1 aus der Schulter zielen das ist der Schlussmodus wechseln X-Taste im... Aber ich hab nur L. Warte mal. Setz mal im Menü einen Schalterpaar auf. Im Menü starte mal, was ein X-Taste Schalterpaar aufsetzt. Ne, da steht Gucke. Äh, nur das... Warte, 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 das ist doch dann hier das Menü. Aber ich kann hier nichts X drücken. Da passiert das. Dann mach's mal in dem... Hab ich doch eben probiert. 3 steht Schussmodus wechseln. Ne, nicht da. Jetzt! Ach, Schussmodus ist hier Salvo oder alles sowas? Brauchen wir nur einen Einschuss? Ja, Drei Schuss. Na komm, ich muss den L. Warte mal. Mit X im Menü... Na komm, dann werde ich mit dem Datenhaar durch und lassen. Jetzt hören sie sich! Nichts! Fuck you! I'm out of here! Hey! Guck mal, die liegen, oder? Ich mach' den L. Warte mal. Ist hier was? Ich mach' den L. Warte mal. Hey! 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 Ich bin ein Meister der Tarn! 50%! Wo bin ich? Ach so, ja. Gut. Machen wir schnell. Hier geht nix. Hier geht nix. Aber hier, ich mach' Splitter. Das sieht schön aus. Ach, okay. Auch nix. Okay. Du bist optimal geschützt. Mit 50%. Da vorne geht's gerade aus, oder links? Wie geht's denn? Ne, das ist immer was, was leuchtet. Ja. Da holst du. Holst du ja! Holst du ja! Oh ja, ma! Gleich mal gucken, was wo ja ma ist! Ja, ma! Guck's dir mal an! Alter! Oh Gott! Mach' schon mal jetzt die Maske! Ja! Ich merke, du bist heute voll in guter Form. Außerhalb? Innerhalb. Äh, äh, jetzt bin ich ja wieder da. Da gab's noch einen Eingang. Da gab's noch einen Eingang. Das ist ja jetzt nicht. Okay. Wir hatten also... Na komm, wir wissen, wo wir uns her sind und wo das alles so umwindet. Das ist schön. Was passiert alles nicht? Ja, alles gut. Feld auf! Bist du nicht? Och. Ese